Herzlich Willkommen hier von FUNK an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Telemedikus Sommerkonferenz 2020 virtuell. Ich bin Michael Naumann und möchte mit euch über öffentlich-rechtliche Angebote auf Drittplattformen reden, ein Digitalthema, was in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hat und aus rechtlicher Sicht durchaus Problemfelder und spannende Punkte aufgeworfen hat. Was möchte ich mit euch machen? Ich möchte kurz darüber sprechen, wie war das nochmal öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Internet? Was hat sich da jetzt geändert und was passiert auf Drittplattformen? Eingrenzen insoweit, was ist der verfässerungsrechtliche Auftrag, wo liegen da beihilfenrechtliche Grenzen, was ist der rundfunkrechtliche Rahmen, Rundfunkstaatsvertrag, dann wirklich so die kernrechtlichen Elemente davon, was auf Drittplattformen passiert und so ein paar einfachrechtliche Herausforderungen ausgewählte Skizzieren, mit denen man zusätzlich dann noch zu tun hat als öffentlich-rechtsangebot auf Drittplattformen. Starten wir. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und das Internet. Wie war das nochmal? Ja, es gab früher Fernsehen und Radio und irgendwann hat die Digitalisierung so große Sprünge gemacht, dass auch die öffentlich-rechtlichen Angebote sich ausgebreitet haben und auch die die Digitalverbindungen und auch das Internet genutzt haben, um ihre Inhalte zu den Rezipienten zu bekommen. Das ist passiert über zig verschiedene Apps, Mediatheken, Webseiten und sonstige Dinge, gebündelt dann mittlerweile und teilweise in den sogenannten Mediatheken, die früher vielleicht nicht mehr waren, als nur eine große Videothek des öffentlich-rechtlichen Programms. Was ist da denn rechtlich noch passiert? Rechtlich, so grob 2005 beginnend hat die Europäische Kommission das auf ihren Zettel bekommen und zwar aus Sicht des Beihilfenrechts, weil sie gesagt haben, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist beitrags damals noch Gebühren finanziert und deshalb muss man insoweit aufpassen, in wie weit Beihilfen da in den Wettbewerb eingreifen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunken, die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben das insoweit genutzt, vorher schon, weil das Bundesverfassungsgericht ihren Auftrag eigentlich immer so gesehen hat, dass er entwicklungsoffen ist und sie auch unter Digitalbedingungen weiter ihren Auftrag haben und den auch insoweit ausführen wollen. Ergebnis des Ganzen, lange Diskussionen, grob 2007 dann und 2008, Änderungen in den Gesetzen. Es wurde ein Telemedienauftrag ins Gesetz in den Rundfunkstaatsvertrag reingeschrieben, der zum Beispiel presseähnliche Angebote verboten hat und so eine Prozedur, ein Drei-Stufen-Test, wie sonstige Telemedien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf den Public-Goods-Gedanken, den Public-Value-Gedanken ausgerichtet werden können und insoweit eine bestimmte Konkretheit geschaffen wird. Dann ging die Sache weiter. Man stritt sich über andere Themen. Verleger haben sich daran gestört, dass zum Beispiel die Tagesschau-App zu viel Text hatte. 2015 in BGH-Entscheidung wettbewerbsrechtlich, die dazu dann geführt hat, dass die damalige, also wahrscheinlich so um 2010 liegende Tagesschau-App wettbewerbswidrig gewesen wäre. Auch da hat man sich gestritten und es wurde eher destruktiv, was der öffentlich-rechtliche da machen kann online. Was ist parallel passiert eigentlich? Ja, so große Schiffe und Klassiker wie Verstehen Sie Spaß, die man kennt seit Jahren, haben trotzdem programmbegleitend immer schon Drittplattformen bespielt. Unter anderem hier, deshalb habe ich Verstehen Sie Spaß ausgewählt, der immer so die Best-of-Videos, die man auf YouTube wahrscheinlich Pranks nennen würde, auf den YouTube-Kanal geladen hat und ARD-seitig es als erster geschafft hat, die 1-Millionen-Abonnenten-Grenze zu überschreiten. Mittlerweile, man sieht es, 1,25 Millionen Abonnenten. Das sozusagen ganz kurz, was ist die Grundlage und was ist dann Neues passiert mit diesen Drittplattformen und was konnte man neu machen? Zum einen ist das passiert, 2015 hat der Gesetzgeber gesagt, okay, hier in Ausschnitt aus der Gesetzesbegründung, junge Zielgruppen erreicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk trotz seines wichtigen Auftrags und die demokratietheoretische Funktion nicht mehr über die klassischen Ausspielwege. Wir müssen auch ermöglichen über Drittplattformen, weil dort sind die Rezipienten, eine Ausspielung zu ermöglichen. Das Ganze dann 2019 im 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde dieses Ziel auch fortgeschrieben für die sonstigen öffentlich-rechtlichen Angebote, die Erweiterung des Telemedienauftrags, der öffentlich-rechtlichen Anstalten und auch eine Ausweitung auf Drittplattformen. Da schon etwas zurückhaltender, hier in der Gesetzesbegründung nicht uneingeschränkt, weil man davon ausgeht, dass Technik und Inhalte dadurch die wirtschaftlich orientierten Plattformen, kommerzielle Plattformen bestimmt werden und man dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen als öffentlich-rechtliche Anbieter treffen muss. Dieses Jahr dann, dass ZDF als erste, die ihre Telemedienkonzepte angepasst haben und sozusagen freigeschaltet haben, dass Inhalte nun auch auf Drittplattformen originär verbreitet werden können und nicht mehr nur, wie es vorher war, als Programmbegleitung oder als sozusagen Werbung für die eigentliche Mediathek, wo man den Inhalt schauen sollte. Was sind eigentlich diese Drittplattformen, von denen ich spreche? Das Gesetz nennt diesen Begriff überhaupt nicht, die Gesetzesbegründung schon. Abgrenzen hier, man sieht es, Primärplattformen, die eigenen Mediatheken und Angebote. Nicht meine ich damit Verwertungsplattformen wie Netflix oder Amazon Prime, um die Größen zu nennen, sondern ich meine Social-Media-Plattformen, die zur Verbreitung verschiedener Arten von Inhalten gedacht sind. Hier als Beispiele YouTube, Facebook, Instagram oder auch TikTok und für den Audio-Bereich natürlich Spotify oder ähnlich iTunes und meistens auch noch dazugehörig eine interaktive Kommunikationsform bereitstellen, wie Kommentare, sonstige Posts. Soviel als Einstieg. Was ist das Neue jetzt in dieses Spannungsverhältnis, das immer besteht zwischen sozusagen Sonderdogmatik, Ausgestaltungsdogmatik und Auftrag des öffentlich-rechten Rundfunks, der aus der Verfassung kommt und den Grenzen des Beihilfenrechts, die ich vorhin schon ganz, ganz kurz angesprochen habe, die auf der anderen Seite herrsche. Beginnen möchte ich mit dem Verfassungsrecht. Was dient da? Unabhängig davon, ob wir jetzt was durchaus umstritten ist, davon ausgehend, dass es schon einen verfassungsrechtlichen Telemedienauftrag gibt, der dann sozusagen unter die Ausgestaltungsdogmatik fallen würde, hat man natürlich trotzdem die Möglichkeit, Rechtfertigungsgründe zu schaffen, warum der Gesetzgeber es auf jeden Fall darf, den Öffentlich-Rechtlichen es zu ermöglichen, auf Drittplattformen ihre Inhalte anzubilden. Das ist natürlich die Angebotsautonomie der absolute Grundpfeiler. Prinzipiell könnte man sogar argumentieren, meiner Meinung nach, dass es diese Beauftragung im Gesetz gar nicht bedarf aus verfassungsrechtlicher Sicht, sondern die Programmautonomie diesen Verbreitungsweg durchaus schon ermöglicht hätte. Daneben haben wir natürlich den Funktionsauftrag, der immer noch auch natürlich auf die Grundversorgung abzielt. Grundversorgung kann nur dort geschehen, wo auch Inhalte rezipiert werden. Eine solche Rezeption ist natürlich mittlerweile ganz, ganz stark auf Drittplattformen, vor allem bei den jüngeren Zielgruppen. Deshalb auch diese Abstufung in der Gesetzesbegründung bei den älteren Zielgruppen ist man sicherlich noch nicht so weit. Aber auch da kommen wir wahrscheinlich irgendwann zu Tipping-Points, dass sich eine Mediennutzung weiterhin online verlagert und man da aufgestellt sein muss, dass diese Grundversorgung auch die Beitragszahl erreicht. Daneben, das Bundesverfassungsgericht hat es immer betont, eine Bestands- und Entwicklungsgarantie, die darauf ausgerichtet ist, dass der öffentlich-rechte Rundfunk auch unter den Bedingungen des Internets und in der Beitragsentscheidung von 2018 das Bundesverfassungsgericht sogar gerade in Zeiten der Plattform-Ökonomie seinen Auftrag ausführen muss. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 große Bedenken angemeldet, dass Plattformen dafür ausreichen, eine öffentliche und individuelle Meinungsbildung zu ermöglichen, die ja dann Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie ist und warum es überhaupt diese Sonderdogmatik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt es. Insoweit kann man auch neue Begründungsminister finden, die sich auf diese Situation einstellen und warum auch öffentlich-rechte Inhalte auf Drittplattformen funktionieren. Das ist einmal eine Integrationsfunktion 2.0. Nicht mehr der Tatort als Lagerfeuer, um den sich Sonntagsabend alle versammeln, sondern die Möglichkeit, sich interaktiv mit Inhalten der öffentlich-rechtlichen auseinanderzusetzen. Und daneben auch, man sieht es die Diskussion über Hate Speech des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes an anderer Stelle auch sehr stark, so dysfunktionale Kommunikationsräume, die trotzdem sehr wichtig sind in unserer Gesellschaft, auf Drittplattformen irgendwie wieder probieren einzufangen und mit konstruktiven Inhalten und einer Moderation da entgegenzuwirken, um insoweit integrierend für die Gesamtgesellschaft zu wirken. Daneben eine Forungsfunktion. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss dort Inhalte anbieten, um öffentliche und individuelle Meinungsbildung zu ermöglichen, wo Inhalte angeboten werden. Diese Foren sind mittlerweile nicht nur das Fernsehen oder das Radio, sondern dieses Forum ist vor allem auch auf Social-Media-Plattformen, auf Drittplattformen. Deshalb muss dort auch bespielt werden. Daneben dann auch noch ganz wichtig, meiner Meinung nach, eine Netzwerkfunktion. Das bedeutet, die Grundversorgung kann über diese Drittplattformen viel besser miteinander verzahnt werden. Unterschiedliche Inhalte können miteinander verbunden werden, dass zum Beispiel ein Rezipient, der sich sonst eigentlich nur Unterhaltungsformate anschauen würde, in Kontakt kommt, zum Beispiel über eine YouTube Endcard, mit Informationsinhalten, die ihm auf einmal auch gefallen und die Art der Aufbereitung für ihn genau passt. Diese Netzwerkfunktion, die Inhalte verbindet, aber auch die Nutzer selbst mit den Formaten verbindet, ist ein Begründungsmuster, der insoweit hier trägt. Auf der anderen Seite natürlich auch verfassungsrechtliche Grenzen. Aus der WDR-Entscheidung, das sechste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts, leiten einige ein Segmentier- und Trennungsgebot ab. Das bedeutet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll überhaupt nicht mit privaten Veranstaltern kooperieren dürfen. So eine Norm stand im damaligen WDR-Gesetz, die wurde aber sogar als verfassungsgemäß angesehen und sie bezog sich natürlich vor allem auf klassischen Privatrundfunk in Verbindung mit den öffentlich-rechtlichen. Das war zumindest das, worüber das Verfassungsgericht entschieden hat. Die Norm hat auch gesagt, auch Kooperation zur Verbreitung von Inhalten ist erfasst. Darüber spricht das Verfassungsgericht nicht. Diese Technik, die damals vorherrschte, ist meiner Meinung nach komplett überholt. Ein solches Segmentiergebot kann eigentlich nicht mehr mittlerweile sein als eine Kenntlichmachung öffentlich-rechtlicher Inhalte in einem System von Dritten, wie zum Beispiel einer Drittplattform. Ansonsten würde man ja sogar so weit gehen, wenn man das so weit aus Richtung privater Strukturen, Dienstleistungen aufbricht, dass vielleicht sogar irgendwie eine bezahlte Dienstleistung über Kabel nicht mehr möglich wäre. Gleichzeitig natürlich trotzdem auch Ausgestaltungsnormen, wenn man denn so weit gehen möchte, sind zumindest der herrschenden Meinung nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterworben. Das heißt, es muss ein Ausgleich mit den Medienfreiheiten, Wirtschaftsgrotrechten, privater Anbieter geschehen. Das ist natürlich ein Grund, der beachtet werden muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass öffentlich-rechtliche Inhalte, so ist es stets jetzt auch in den Normen, die wir uns nachher genauer angucken, in den Werbemarkt, der dort das Refinanzierungsmodell bildet, nicht eingreift, weil keine Werbeeinnahmen erzielt werden. Das heißt, insoweit sind die Auswirkungen darauf auch gering. Insoweit kann man vielleicht sogar eher auf das Argument gehen, dass Marktversagenslogiken, die sich auch auf Plattformen zeigen, es wird nicht mehr sauber getrennt zwischen Meinung und Tatsache. Public-Value-Inhalte bekommen keine Refinanzierungsmöglichkeiten, auch durch öffentlich-rechtliche Inhalte dort entgegengewirkt werden können. Und dann, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, Ausgestaltungsauftrag ist eigentlich so der Kern dessen, wie die Rundfunkfreiheit verstanden wird. Da könnte man natürlich nicht ganz unumstritten auch insoweit gehen, dass Must-be-found-Regelungen auf Drittplattformen gelten müssten, sodass öffentlich-rechtliche Inhalte, um dem Grundversorgungsauftrag gerecht zu werden, auch gefunden werden. So eine Aufmerksamkeitsregulierung ist natürlich verfassungsrechtlich nicht unproblematisch. Den Ausgestaltungsauftrag zu Ende gedacht, wäre sie aber zumindest in der derzeitigen Logik des Bundesverfassungsgerichts meiner Meinung nach etwas, worüber man reden müsste und was ja auch an anderer Stelle der Medienstaatsvertrag schon mal einbezogen hat. Was ist jetzt auf der anderen Seite? Die größte Grenze bildet das Beihilfenrecht, die nämlich sagt, Beihilfen müssen insofern, dass da die Finanzierung des öffentlichen Recht und Rundfunks eine Beihilfe ist, muss es eine Definition geben, eine Betrauungsnorm und das Bestimmtheitsgebot insoweit gewährt werden. Das war auch das Problem damals 2008, die Unbestimmtheit deutscher Ausgestaltungsregelungen bei den Digitalkanälen und bei dem, was online geschehen ist. Dem hat man meiner Meinung nach in Bezug auf Drittplattformen Vorsorge getan. Funk hat eine konkrete Definition bekommen. Zielgruppen zentriert, also warum macht man diese zusätzlichen Angebote auf Drittplattformen, weil man die Zielgruppe nur so erreicht. Betrauungsnorm damit auch. Sonstige Angebote werden in denen, ich habe ihn vorhin kurz beschrieben, den Drei-Stufen-Test als anerkanntes Verfahren mit einbezogen, was damals der Kompromiss mit der Kommission war. Aber zum Beispiel anders als bei den digitalen Fernsehkanälen gibt es keine quantitativen Grenzen, was meiner Meinung nach auch richtig ist, weil Online-Plattformen nicht in der Quantität funktionieren, sondern solange Definition und Bestimmtheit stimmen, man insoweit nicht darauf zurückgreifen muss, quantitative Grenzen zu ziehen und sagen, eine Anstalt darf nur 30 Formate pro Social-Media-Plattform machen. Soviel zu dem theoretischen Unterbau. Jetzt gucken wir uns an, was steht da jetzt im Rundfunkstaatsvertrag und natürlich, wir beschäftigen uns mit den neuen Regelungen hier auf der Tagung. Auch was passiert da mit dem Medienstaatsvertrag vielleicht, was gar nicht so viel ist, wie wir gleich sehen werden. Funk in 11G, Rundfunkstaatsvertrag, hat zum einen diese Zweckbindung festgeschrieben als zum Teil Konzession an das Beihilfenrecht, dass es zur Erreichung der Zielgruppe aus redaktionellen, journalistisch redaktionellen Gründen notwendig sein muss, eine Drittplattform zu bespielen. Daneben ist dann aber freigeschaltet, dass sowohl Rundfunk als auch Telemedien auf diesen Plattformen möglich sind. Es wird dafür Sorge getragen, dass gesetzliche Verbote wie Werbeverbot, das Verbot presseähnlicher Inhalte auch auf Drittplattformen eingehalten werden müssen. Das heißt also klassische Blog-Drittplattformen, Host-Provider wären nicht denkbar. Es gibt eine Negativliste, die einzuhalten ist für gewisse Dienstleistungen. Daneben auch Absicherung von Jugendmedienschutz, Datenschutz und Werbefreiheit. Das ist wiederum dann um so ein bisschen dieses Konfliktfeld, was immer besteht zwischen Staatsferne und Ausgestaltungsdogmatik und der Programmautonomie, der Angebotsautonomie aufzulösen, hat man das in die Angebotsautonomie gegeben, nämlich in Richtlinie. Diese richtigen Regeln dann zum Beispiel, dass nur Inhalte für Nutzer ab 12 auf die Plattform können, weil da zum Beispiel nicht immer gewährleistet sein kann, dass es eine Altersverifikation gibt. Zum Datenschutz sagen sie was und sie sagen, dass sämtliche Exklusivitätsschranken nicht genutzt werden dürfen, es werbefrei sein muss und dass alle Plattformen mit selber Funktion und selber Bedeutung für die Zielgruppe auch möglichst gleich behandelt werden. Werbefreiheit habe ich schon angesprochen, das ist ein weiterer Punkt, der da sozusagen verankert ist und eine kontinuierliche Begründungspflicht über Berichte, die alle zwei Jahre abzuliefern sind, wo genau diese Erreichung der Zielgruppe auf Drittplattformen, auf dem eigenen Portal nochmal dargelegt werden muss und auch die journalistisch-redaktionellen Gründen nochmal aufgezählt werden müssen. Was ändert sich jetzt im Medienstaatsvertrag? Man kann zum einen aus dem Zusammenspiel sehen, dass der Telemedienbegriff in diesen Normen doch sehr weit gemeint ist, weil es gäbe jetzt eine Eingrenzung, zum Beispiel rundfunkähnliche Telemedien. Man hat es aber nicht beschränkt darauf, sondern sagt, auf Drittplattformen sind Telemedien möglich. Das heißt, es geht nicht nur um audiovisuelle Angebote. Was so ein bisschen meiner Meinung nach wahrscheinlich im Redaktionsversehen ist, dass bei den Werbenormen in 11G durch die Liberalisierung der AVMD-Richtlinie jetzt auf einmal die Möglichkeit bestünde, Product Placement zu machen auf eigenen Plattformen und dann auch auf Drittplattformen, weil es gibt keine gesetzliche Absicherung. Also da fehlt diese Absicherung, dass man das auf Drittplattformen nicht dürfte. Aus Sinn und Zweck der ganzen Regelung kann man das wahrscheinlich trotzdem ableiten und sagen, es ist ein Redaktionsversehen. Aber da merkt man meiner Meinung nach wieder, dass der Medienstaatsvertrag an mancher Stelle doch nicht so in die Gesamtstruktur des Rundfunkstaatsvertrags eingegriffen hat, sondern an vielen Stellen versucht hat, kleinere Reformen durchzuführen, die dann nicht immer ineinander passen. Wie ist es bei den sonstigen Telemedienangeboten, was also seit Mitte 2019 möglich ist? Auch da haben wir die Zweckbindung, Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen Gründen. Da ist aber zum Beispiel eine Begrenzung, da steht nur Telemedien können sozusagen auch außerhalb des eigenen Portals angeboten werden. Dann bleibt natürlich die Frage, jetzt kein Rundfunk. Das würde sich jetzt nicht erschließen, warum das der Fall ist. Wahrscheinlich auch hier würde man dann sagen, Angebotsautonomie und schon allein aus der allgemeinen Auftragsnorm des § 11 Rundfunkstaatsvertrag ist es auch möglich, Rundfunk dort darzubilden. Das hätte man auch schon vorher gedurft, ohne diese Norm, was bei Telemedien möglich ist. Aber es bleibt so ein bisschen, weil in Abgrenzung zu Funk, wo beide erfasst sind, so die Frage, wie das zusammenpasst. Auch hier haben wir Begründungsanforderungen. Die sind diesmal auf die Telemedienkonzepte bezogen. Dort muss dann zum Beispiel, was bei Funk in diesen Richtlinien steht, auch begründet werden, nämlich Maßnahmen zum jungen Medienschutz, Datenschutz und der Absicherung der Werbefreiheit. Ein explizites Verbot der Einnahmeerzielung durch Werbung und Sponsoring ist hier zusätzlich eingezogen. Das ist das, was ich meinte, was bei Funk gerade fehlt, wo es insoweit keine direkte Absicherung gibt mit Blick auf die Liberalisierungstendenzen, die die AVMD-Richtlinie für den Medienstaatsvertrag bedeutet. Hier eigentlich nur noch mal dasselbe, wie ich vorhin gesagt habe beim 11G. Weiter Telemedienbegriff, wahrscheinlich keine Eingrenzung auf rundfunkähnliche Telemedien. Deswegen ist dieser Telemedienbegriff weit zu verstehen. Letztlich weitere Begrenzungen, die für alle gelten. Keine presseähnlichen Angebote, es gibt Negativlisten für beide und es gibt Verweildauerkonzepte, die bei Funk sehr nutzerzentriert sind und insoweit sagen, solange der Nutzer da ein Need dafür hat, kann eine Verweildauer begründet werden. Bei den sonstigen Angeboten der anderen Anstalten ist es eher so, dass das Ganze darauf ausgerichtet ist, dass man nach verschiedenen Angebotskategorien abschichtet, auch hinsichtlich der Mediatheken und das Ganze auf die Drittplattform so überträgt. Zum Schluss möchte ich euch noch mit so ein paar ausgewählten einfachrechtlichen Herausforderungen reden, die sich neben diesen verfassungsrechtlichen Grundlagen und den einfachen Verfahrensregelungen des Rundfunkstaatsvertrags herauskristallisiert haben. Das eine ist die Frage des Community Management. Beide Normen im Rundfunkstaatsvertrag sehen eigentlich interaktive Kommunikation und interaktive Angebotsformen vor. Die muss man dann vor allem auf Kommentarebene natürlich moderieren. Ich habe vorhin gesagt, ganz viele Videos sehen am Schluss mittlerweile die Möglichkeit vor, zu dem Dargestellten, die auch eine konkrete Aufforderung ist in diesem Video drin, sich zu äußern, zu diskutieren und zu sagen, was man zu den dort genannten Tatsachen oder vielleicht auch einen Meinungsteil zu sagen hat. Das muss moderiert werden über eine Etikette. Diese Etikette war jetzt in den vergangenen Jahren Gegenstand von ein paar verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen in Mainz, München und Leipzig gegen die jeweiligen dort ansässigen Rundfunkanstalten. Dort hat die VG-Rechtssprechung eigentlich jetzt anerkannt, dass es ein virtuelles Hausrecht auch für öffentlich-rechtliche Anbieter gibt, also die Etikette insoweit eine Grundlage hat. Man auch aus Gründen der Absicherung des gesetzlichen Auftrages zu rechtfertigen kann, dass sogar Beiträge, die themenfremd sind, die sicherlich von der Meinungsfreiheit auch gedeckt werden, gerade nicht stehen lassen muss, sondern sagt, es ist auf unseren Auftrag bezogen. Wir lassen nur die Diskussion dort stattfinden, die irgendwie konstruktiv für das ist, über das wir in diesem Video gesprochen haben. Grenze auch da natürlich Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das bedeutet, nicht kleinere Verstöße können zum Blocken führen. Wenn jemand mal geblockt wird, muss er irgendwann im Zweifel auch mal die Möglichkeit haben, wieder freigeschaltet zu werden. Insoweit klassischerweise Verhältnismäßigkeitsüberlegungen, die da angestellt werden. Auf der anderen Seite als Konfliktlage die Community Guidelines der Plattformen. Auch die Plattformen haben ihr virtuelles Hausrecht in Form von Community Guidelines AGB. Da wissen sicherlich einige von euch, gibt es mittlerweile eine sehr virulente Rechtsprechung darüber, dass diese AGB am Maßstab der Meinungsfreiheit gemessen werden, eruierend auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich zu den Stadienverboten, also eine mittelbare Drittwirkung aus dem Gleichheitsrecht in Bezug auf private Anbieter. Was hier daraus, was vor allem auch das Bundesverfassungsgericht bisher nur in einer Eilentscheidung vor allem damit begründet wird, dass manche Social Media Plattformen, vor allem die großen, eine marktbeherrschende Stellung eingeräumt wird an für die Kommunikation und damit öffentlich individuelle Meinungsbildung relevanten Forums stellen. Dort, wo ein Forum eröffnet wird, muss man sich auch an den Grundrechten messen lassen. Das sehen zumindest auch einige OLGs mittlerweile so, andere OLGs sehen das nicht so. Da gibt es bisher noch keine durchgängige Linie. Die Frage aber, auch Öffentlich-Rechtliche haben damit Probleme, dass die Community Guidelines zum Beispiel dafür führen, dass eigentlich Inhalte, die jugendschutzrechtlich geprüft und freigegeben wurden, für eine junge Zielgruppe zum Beispiel gesperrt werden, weil es insoweit andere Standards in den Community-Richtlinien gibt, zum Beispiel zum Thema Schlachten von Tieren, Nacktheit in Videos. Auch da kann man sich natürlich dann die Frage stellen, ist die Übertragbarkeit dieser OLG-Rechtsbrechung gegeben? Meiner Meinung nach, ja. Man kann da sogar meiner Meinung nach erst Rechtsschluss ziehen mit Blick auf die verfassungsrechtliche Bedeutung des öffentlichen Rundfunks für die individuelle und öffentliche Meinungsbildung, dass dort, wo der öffentlich-rechtliche Foren im Forum eröffnet, die Rundfunkfreiheit diese Wirkung hat, dass AGBs nicht dazu führen können, eigentlich zulässige Inhalte insoweit weiter einzugrenzen. Da gibt es auch Problemlagen, die ich jetzt in der Tiefe nicht behandeln will. Das ist alles nicht unumstritten. Aber meiner Meinung nach, wenn die Rechtsprechung in diese Richtung geht, ist sie auf jeden Fall übertragbar, auch auf öffentlich-rechtliche Angebote. Und zum Schluss noch den Fall, natürlich haben wir auch das Problem aus dem Datenschutzrecht oder die Herausforderung, wie man mit der Rechtsprechung des EuGH und adaptiert durch das Bundesverwaltungsgericht zu Facebook-Fanpages umgehen soll. Zum Beispiel die Richtlinien oder auch das Telemedienkonzept des ZDFs sieht es vor. Wenn diese Rechtsprechung greift, dann muss man natürlich die Regelung der Datenschutz-Grundverordnung für die gemeinsame Verantwortlichkeit da anwenden. Das wäre der Artikel 26 Datenschutz-Grundverordnung. Das wären dann vertragliche Regelungen. Das wissen fast wahrscheinlich alle hier, die sich mit Datenschutz beschäftigen, dass das mit diesen Plattformen nicht immer so einfach ist. Was könnten Auswege sein? Auswege könnten zum Beispiel sein, dass man als öffentlich-rechtliche Anbieter dort weitere Rechtfertigungsgründe hat und nicht immer nur auf die Einwilligung der Plattform angewiesen ist, sondern aus dem eigenen verfassungsrechtlichen und einfach gesetzlichen Auftrag, den ich vorhin erörtert habe, insoweit eine Möglichkeit hat, diese Verarbeitung zu rechtfertigen. Oder ganz praktisch, wie das alle momentan machen, um das Gesamtangebot zu rezipieren, wird man nicht auf diese Plattform, die vielleicht datenschutzrechtlich herausfordernd ist, gezwungen. Funk probiert das zum Beispiel auch so, dass sie so gut wie alle Inhalte, die in wirklicher Videoform als Content Pieces gemacht werden, spiegelt auf dem eigenen Portal. Es soll also niemand dazu gezwungen werden, sich bei einer Plattform anzumelden, um den Großteil des Angebotes, außer mit Ausnahmen von reinen Community-Building-Maßnahmen, die natürlich dann für die Plattform ausgerichtet sind und die man jetzt nicht immer eins zu eins spiegeln kann auf der Plattform, aber man kann die eigentlichen Inhalte, die auf den Auftrag einzahlen, auch über die eigene Plattform rezipieren. So viel mein Input dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wenn euch das gefallen hat, wir sind ja auf YouTube hier, lasst dem Telemedus-Kanal ein Like da und abonniert ihn. Und ich freue mich über Fragen, Anmerkungen, Kritik gerne auch in den Kommentaren dazu. Danke euch! Vielen Dank!